Okay, ich fange mal mit dem Verlag an. Der Verlag ist der Olympia Verlag in Nürnberg. Wir machen insgesamt drei Zeitschriften. Das größte Pferd im Stall ist der Kicker, die Fußballzeitschrift. Und dann haben wir noch eine Bergsteigerzeitschrift, die heißt Alpin. Und dann gibt es uns, Unterwasser, wir sind ein Fachmagazin übers Tauchen. Wir haben mehrere Ressorts. Das größte Ressort ist Reise. Das beschäftigt sich mit Tauchen weltweit, also wirklich weltweit. Das geht von Island im Norden bis zu Indonesien in den fernen Tropen. Das ist aber nicht alles. Wir haben in jedem Heft auch einen Wissenschaftsteil. Das ist meistens Biologie, kann aber auch Archäologie sein. Wir haben Reportagen, die sich oft um extremeres Tauchen drehen. Dann kommt Tauchpraxis vor und natürlich auch Ausrüstungsvorstellungen. Die Auflage liegt ungefähr bei 50.000 gedruckten Exemplaren. Mittlerweile sind unsere meisten Leser Abonnenten. Die kriegen das zugeschickt. Es sind mittlerweile über zwei Drittel. Ansonsten kann man das überall im gut sortierten Zeitschriftenhandel kaufen. Wir haben einen Internetauftritt, der heißt www.unterwasser.de. Das ist keine 1 zu 1 Übertragung des Heftes. Man stößt auf Heftinhalte, aber man stößt auch auf ganz viel eigene Inhalte. Und bei Facebook sind wir auch vertreten. Vielen Dank.